Er hat noch einen Kratzer. Das ist der Hauptbunker in der Mitte, Dennis. Achso, dann ist ja alles gut. Dann wird noch mal angegriffen. Oh, ne. Noch lebt er. Nun wird es schwer, sagt Nixia. Dann baue ich mal hier weiter. Was soll mir das sagen, wenn Nixia sagt? Nun wird es schwer. Ja. Anspruchsvoll. Zwei Einer. Hier haben wir welche. Also diese einzelnen Teile mit einer anderen Farbe. Und so eine. Ups. War noch nicht komplett festgebaut, das eine Teil hier. Das wird hier irgend so auskangen oder so. Mutmaße ich mal. Der Nixia sagt, motivieren kann er. Ich merks. Es läuft. Blurix sagt, damals als ein Kriterium für den Spielekauf für den ein oder anderen das Gewicht der Packung war. Ja, also wir haben ja hier auch die History Line Schachtel. Da haben wir ja schon durchaus einiges drin. Wir haben schon lange nicht mehr reingeguckt. Guck mal hier. Einmal die Außenhülle. Und dann gibt es dazu sieben Disketten. Die Antwortkarte. Hier Antwortkarte auch in etwas älterer Schrift. Gut. Für welchen Computertyp haben Sie History Line gekauft? PC 286, PC 386, PC 486 und Komuneramika. Ist Ihr Computer ausgebaut? Woher ausgebaut? Ist er noch im Gehäuse? Ja? Nein. Besitzen Sie in der Spielekonsole. Bitte geben Sie einen Schwierigkeitsgeraden. Zu einfach, genau richtig, zu schwer. Wie alt sind Sie? Bis 14, 15 bis 18, 19 bis 25 oder über 25? Also alt. Ist aber nicht geil so. Sind Sie über 25? Sehen Sie in Zukunft einen Systemwechsel vor? Von Amiga nach Amiga? Von PC nach PC? Oder von Spielkonsole nach Spielkonsole? Dann haben wir noch hier eine wichtige Hinweise. Kampfsequenzen. Drücken Sie, wenn Sie gerade am verlieren, sind die drei. Schießen endlich ihre Einheiten besser. So, hier haben wir das Handbuch, wo die verschiedenen Strategien erklärt sind. Und wir haben noch das Gefechtsbuch hier mit den Beschreibungen der Einheiten. Aber das wissen wir in Weißderhagen, inzwischen natürlich alles auswendig. Auch die, die wir noch gar nicht kennen. Genau, Weißderhagen, auch alles auswendig. Ja, immer. So, wie weit schießen die Ballone? 2 mit 0. 2 mit 0 glaube ich schon da. Ist das nicht 0-2? Ich glaube irgendwie so ein Blödsinn statt da. Ich glaube, das haben Sie auch so reiner Witzigkeit gemacht. Ja. Das war unser Flieger. Da kannst du jetzt lächeln. Wir haben was getroffen. Ja, lächeln. Ballone fallen genau ein Feld nach unten. Jetzt würde ich mal sagen, vier Panzer, also wenn jeder zwei mitnimmt. Ah, fast. Tiers of me fragt, ob es auch so einen Oh-No-Knopf gibt, wie bei Lemmings. So ein... Alles explodierende. Ja, das wäre eine Option hier, ne? Ja. Macht gar nichts. Jetzt... Na also... Buxnerv stellt so die Frage, ob denn die Truppen auf den Feldzug im Winter vorbereitet sind. Sie haben blaue Uniformen an. Noch Fragen? Ja. Ich glaube, Winter in der Westfront ging noch. Ja. Ich meine, Front ist immer kacke, aber Winter in der Ostfront ist, glaube ich, deutlich übler. Nochmal 20 Grad mehr, Minus, ja. Ja, und du hattest halt an der Westfront auch immer den Vorteil, dass da noch Dörfer sind. Also es klingt jetzt fies, aber... In dem Ersten Weltkrieg waren da keine Dörfer mehr. Ja gut, da nicht mehr, ja. Ja. Das ist der gute Punkt. Da, 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 da. So, jetzt will ich es wissen. Der holt die jetzt vom Himmel. Siehste? Sag ich doch. Als erstes kriegen wir einen in die Presse. Ich habe nicht gesagt, wer was, aber... Hier, der Gegner hatte einen Erfahrungspunkt und wir keinen und trotzdem haben wir 2 zu 1... 3 zu 2... Der Flieger ist auf jeden Fall besser als wir, mhm. Ja. Ja. Das Gute ist, ich habe den noch dreimal angegriffen. Zweimal. Dann kriegt der immer endlich richtig Erfahrung. Der Gegner, ja. Na, also. Du solltest mal reparieren. Ich habe doch nichts. Doch. Wir können uns doch nichts leisten. Wir haben doch ein Depot, da kann man was reparieren. Ja, wir fliegen jetzt ins Depot. Ja. Ja. Mit Vollgas. Nächster sagt, ihr müsst doch mal gucken, wie gut die anderen Flieger sind. Ich, das siehst du doch nichts, wenn du mit Fragezeichen guckst und der Dennis gibt mir die Anleitung nicht, dass ich nachgucken könnte. Nein, wie viel Erfahrung die haben. Habe ich, der hatte zwei Bubbelchen. Ja. Ja. Zwei Bubbelchen. Da war noch nichts, der konnte noch nichts. Und nächstes Jahr sagt, ich glaube, Dennis ist schuld. Ja. Ja. Damit sagen wir nur Gebauer. An der Joystick kann nichts dafür. Das ist ein Quick Joy. Also insofern muss ich streicheln, sonst muss ich wieder mitnehmen. Jetzt kriegst du wieder den Competition Pro, wenn du nicht artig bist. Genau so. Das war der Gegner. Mhm. Das auch. Das war doch das, was du schnell einnehmen wolltest, damit er nicht reinkommt. Ne, das ist das 1 oben drüber. Achso. Das, was er jetzt ein... Ne, doch nicht. Was wird das mit den Klimmbausteinen? Wollen wir, Tom? Das wird ein... Desaster. Ein... Guck mal! Irgendwas Grünes. Ja? Der greift an. Ne, guck mal. Was fällt dir auf? Mobile Flak. Unsere mobile Flak kann nicht einnehmen. Mhm. Faszinierend. Siehst du das? Vielleicht ist in der mobilen Flak was drin? Oder es war gar nicht die mobile Flak, die eingenommen hat? Ja. Ich hab keine Ahnung, was denn das ist... Wir bauen hier Nachschub für den Gegner, weil der Hagen ja alles da hier wegrasiert. Also, wir sind bei Schritt 27 und kommen jetzt zu Schritt 28. Ne, bei 27. 27 kommt jetzt erst noch. Ich war noch nicht... Ich hab hier das falsche Teil genommen. Ähm... Es muss doch hier... OMG! Wenn es denn es denn es... Ja, ich muss das mal mit dem Strich hier... So... Jetzt... Gucken wir mal die diagonalen mit Strich drauf. Da ist einer. Und zwei... Eine quadratische. Teile habe ich ja in dem ersten Set nicht mehr. Also... Zwei davon... Unf stabil. Oh! In der Zeit. Eine Zeit. Haush! Na nie. Hier! 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 Ah, das kommt der Antrieb auf hier. Das sind so eine Art Luken darstellen anscheinend. Der Feind cheated, sagt Tobi. Genau das war's. Und SXS sagt, das war vorhin das Pferd von denen. Es sah nur so aus, als sei es die Flak gewesen. Du hast also die Pferde nicht aufgehalten. Das war das Problem. Da war kein Gaul. Ich habe extra aufgepasst. Das ist ja alles mal Mauschelei hier. Hallo, die haben... Es kann sein, dass das Pferd unten war und ich natürlich gedacht habe, es wäre oben, weil da auch ganz viele Flak standen. Das kann schon sein, theoretisch. Und dann habe ich nicht mehr zugemacht, weil ich gedacht habe... Ist ja jetzt eh egal. Folgefehler. SXS fragt, Was wir jetzt machen, die Fabrik wäre doch... Ja, ich will... Ich gucke noch mal... Wir werden uns noch mal reorganisieren gleich. Ich werde konsolidieren und reorganisieren, eine neue Strategie aufstellen. Und dann treten wir eben den Rasen kaputt. Ich werde probieren, genau das zu tun. Ich arbeite daran. Das war's mal so. Verlieren ist keine Option. Das war gerade, äh... Rödingers Infanterie. Es waren gleichzeitig 2 und 1. Sie standen und sie lagen gleichzeitig. Ja. Der, äh... Mick ist wieder da. Also scheint kein Riesen-Einsatz gewesen zu sein. War doch eine Oma auf der Straße. Und er fragt, ist immer noch Kriech... Äh... Ja, Kriech hier mal was zu trinken, Hagen. Nächstes Jahr empfiehlt einen Neustart, weil der baut jetzt da Einheiten und dann hast du keine Chance. Ich gucke mir gleich die Situation erst mal an. Und dann machst du Neustart. Das wäre denkbar, aber ich möchte es noch nicht zusagen. Ich möchte erst gucken, was wir tun. Ich weiß, was wir tun. Dann tun wir es vielleicht. Okay. Denk mal dran, hier wird nicht gelacht. Hier wird nur gelacht, wann gelacht wird. Hier ist auf mir gesagt, der Angstschweiß wird schon weggewischt. Entschuldig, dann sagt sie, die Strategen-Nüsschen am Start. Ja, Hagen wollte lieber Gummibärchen statt Nüsschen. Ja, aber die Jungen-Bärchen sind jetzt... Ja, ja, die waren so knatschelig. Ja. Ich habe nur dreieinhalb Klaschen Wasser da. Also das müssen in überschaubarer Zeit... Bumm. Bumm. Die hat auch ein eisernes Kreuz. Es sind aber nur noch drei. Ich kann sie aber nicht reparieren. Warum nicht? Weil die ganz links außen steht und die kann es nicht bewegen. Also ich ziehe alle anderen Einheiten weg. Hm. Die da links. Ja, okay. Die da. Die, wo jetzt nur noch zwei da sind. Aber der Bunker davor steppt auch gleich. Ach so, dann ist ja gut. Ja. Aber zumindest mal machen so gut Schaden. Ja, die Panzerhaubitzen, die machen echt gut Schaden. Die kleinen Panzerinfanterien. Die erste Fabrik haben wir. Variieren. Will er nicht. Will er nicht. Doch, will ich schon. Ich will nur erst gucken, dass ich die anderen repariere. Ja. Die, wo ich sicher sein muss, dass ich genug Kohle für habe. Ja. Siehst du, also weil er wäre hier die Fabrik, die wir unbedingt wollen. Das wäre er. Und die hat er noch nicht eingenommen. Und hier das Depot hat er jetzt. Die Kavallerie macht sich jetzt auf den Weg. Die Kavallerie macht sich auf den Weg. Und ich muss gleich relativ schnell hier durch. Aber unsere Kavallerie ist leider. Wird von den Flugzeugen. Angedotzt. Das ist alles nicht so schön hier. Kannst du unten blockieren und die Kavallerie zum Reparieren in die Fabrik ziehen. Ich habe zum Verblockieren hier nur die Mobile und die wollte ich um die Flieger abzuschießen. Was ist denn mit den Flugzeugen da links? Ja, die brauche ich gleich. Die sind ja jetzt repariert worden hier. Die beiden. Die anderen sind schon alle so kaputt, das können wir nicht mehr retten. Wie willst du mit zwei Flugzeugen einen vierfelderbreiten Durchgang blockieren? Dennis. Ich baue mal weiter. Jetzt komme ich hier nicht mit Technik. Ich komme jetzt nicht mit Technik. So, den einen Stein hier hätte ich fast vergessen. Und da kommt dann der quadratische Ruf. Und wir machen weiter mit Schritt 29. Dann brauchen zwei hiervon. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Den hier, ja, wusste ich doch. Und dann noch so einen. Und da habe ich noch einen vergessen. Hier den Schritt 26. Ich habe den Schritt 26 vergessen. Also, der muss dann da hin. Und bei mir lässt auch schon die Konzentration nach. Ich linse gerade, was er drüben macht, weil ich will wissen, wo der Flieger hinfliegt. Wenn der Flieger zu mir fliegt, muss ich ihn reparieren, kann ich nicht angreifen. Wenn er nicht zu mir fliegt, dann greife ich an. Weil das ist drei gegen zwei, also es wäre ganz praktisch. So, jetzt haben wir, glaube ich, wieder... Ne, jetzt weiß ich, was das war. Ich habe hier gedacht, dass der unten wäre, der mit dem schwarzen. Ist er aber nicht. Sondern hier oben fehlte ein Teil. Das war das. Da bin ich, da bin ich durcheinander gekommen. Jetzt zieht er alle Einheiten zuerst, der Fick-Sack. So, also nochmal. Hier unten war es das hier. Und dann... So. Das ist echt ein Mistkerl, wenn man einmal auf was wartet. Ja, der will dich müde machen, Hagen. Jetzt zieht er noch alle Einheiten aus dem Depot raus. Und da ist der Fabrik natürlich zuerst und dann aus dem Depot. So, das muss natürlich... Jetzt zieht sie gar nicht. Er hat nicht gezogen, also insofern... Dann... Brauchen sie nicht. Ja... So... Ich ziehe drüben noch den Bunker. Was will ich da hin? Ah ne, da fehlt... Da fehlt tatsächlich nix. Ich probiere jetzt erst noch was aus, die nächste ein, zwei Runden und dann sage ich mir meine Strategie. Ich gucke gerade. Es muss mal... Ja. Äh... Ich muss jetzt erst checken, was... Wie sie es entwickelt. Also ist es mir ertet. Das بعد... Ich entscheide Dos. Wie sie es abs Бог. Als ich mich zajmiert, sage ich mal Directorator.